Am 24.02.2023 um 11.59 Uhr wurde die freiwillige Feuerwehr St. Augustin zu einem Gebäudebrand zu Fahrrad XXL Feld alarmiert. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass in einem Lagerbereich der Akku eines E-Bikes brennt und das Feuer bereits auf nebenstehende Pappkartons übergreift. Der Angriffstrupp des zuerst eintreffenden Fahrzeugs löchte den Brand unter Apenschutz mit einem Seerohr und trug das Fahrrad samt Akku ins Freie. Nachfolgend wurde der Akku weiter gekühlt und in ein Wasserbad verbracht. Sieben Mitarbeiter des Betriebes wurden rettungsdienstlich versorgt.